Feinmotorik in den Händen, meisterhafte Kenntnisse von Mechanik und Material und Individualisierung auf Kundenwunsch. Kenntnisse, die heute noch genauso gefragt sind wie vor 1000 Jahren. Doch die tägliche Arbeit im Handwerk ist um eine Facette reicher geworden, die Digitalisierung. So ist das auch im Sicherheitsfachbetrieb von Bernd Sockel aus Löbau. Durch die Komplexität von elektronischen Schließanlagen steigt auch der Planungsaufwand im Vorfeld einer Montage. Mit einer wissenschaftlichen Studienarbeit ließ Herr Sockel daher ergründen, welche konkreten Schritte für eine komplette Digitalisierung der Arbeitsprozesse notwendig sind. Daraufhin entschied er sich für eine modulare Software, die je nach finanziellen Möglichkeiten und Budget individuell angepasst werden kann. Somit kann nun über die Software schnell und jederzeit über Jahre hinweg der aktuelle Planungs- und Arbeitsstand der Projekte eingesehen werden. Ein Großteil der Arbeit findet aber nicht im Büro, sondern in der weitläufigen sächsischen Region statt. Vor allem bei den vielen kurzfristigen Aufträgen in der Sicherheitsbranche ist dabei schnelles Handeln gefragt. Und auch dabei hilft die neue Software. Die Monteure können nun von unterwegs Aufträge annehmen, Montageanleitungen einsehen und den aktuellen Arbeitsstand dokumentieren. Auch die Vorort-Baustellenabnahme wird inzwischen komplett digital abgewickelt. Ein großer Komfort zu gewinnen für seine Mitarbeiter und die Kunden. Starten auch Sie jetzt. Wir unterstützen Sie dabei.